Ich bin noch am überlegen, wen ich genau davon benutze. Den habe ich auch noch. Natürlich habe ich den hinten aufgehandelt, aber der ist goldene. Ich glaube, jetzt lassen wir auch das Licht erst mal an. Minge. Leider habe ich nicht mehr vom letzten Wikicamp dieses Teams machen können. Ich müsste den Traum gehen. Aber vielleicht am nächsten Mal. Mal gucken. So. Brauche ich noch 100 Punkte. Weiter geht's. Dann kann ich dir noch mal die Krone aufsetzen. Jetzt wollen wir aber noch etwas dafür. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie Mehle da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Oder man nimmt das Mehle noch von Wikicamp richtig. Ich habe hier noch vor laufender Kamera getwört. Wir twirpen alle. Das ist nicht so, ja. Na gut. Ich werde nicht mehr hingegucken. Ich werde nicht mehr hingegucken. Ich werde nur angesperrt. Ich werde nur angesperrt. Let's go. Ja. Das wird jetzt richtiger Affack. Ja. Geh die Torgen. Mach mit Stolz, mein Sohn. Jawoll. Ja. Das ist alles. Ich habe auch mit uns gebraucht. Ich habe auch mit uns gebraucht. Da kann ich nicht ausgehen. Ja. Okay. Genau so werden wir das tun. Die Mario Party Hut auf Challenge. Sobald ich nur sagen muss, ich hab ne Krone auf, weil sie ihre Punkte ausgegeben hat. Und ich will auf jeden Fall im Stream nochmal Pokémon Chill. Aber nochmal richtig. Ich brauch mehr Kronefetten im Laufe. Und Simps 4. Immer wieder Simps 4. Sechs Mal werden. Ich probier's einfach mal, so. Ja. 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 Ich muss immer in der Nase kratzen hier. Ja. Ja. Ja hier, da in uns. Ja, eben da. Hier gibt's keinen, oder? Ja, aber ich will ja so. Ich kann so. Ich kann so. Sie pumpt doch, wie kann ich das machen? Was ist jetzt passiert? Danke Bunny für dein Abo. Ja, ich habe Werbung auf Abonnenten, freie Werbung. Immer bei diesen Emot Musik. Und ich habe jetzt... Moment! Oh, Moment! Komm her, ich packe sie weg. So, nicht hier. Mehr Haare, es geht nicht. Wenn du uns bestimmt extra viel Serbung gestalten, dann würde ich das machen. Auch? Nein, habe ich nicht. Tatsächlich nein. Ähm... Ich habe das jetzt einfach versucht umzustellen. Ich habe es also umzustellen, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe das Schuhlauchsklo, oder? Perfekt. Deswegen trainen sie auch nur 50 Centiliter am Tag. Ja. Das ist schwierig. Äh... Kann ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. War bestimmt sehr wichtig. Ich hoffe, die Informationen hat euch alle geholfen. Auch in der Schule zum Beispiel, wenn ihr gemobbt werdet. Ich habe doch keine Ahnung. Ich überliebe mir aber gerade den Münzen zu klauen. Aber ich bin lieber in den Würfel. Jawoll! Zwiebeln. Ich glaube, ich komme sowieso jetzt nicht an... Warum will ich diesen Würfel? Weil du sagst, bitte nicht, bitte nicht. Ich glaube, ich höre das nicht, oder was? Na cool, ich wäre sowieso nicht angekommen. Und habe trotzdem noch genug Münzen. Ich wollte den Würfel haben. Ach, fühlt er sich nicht mehr automatisch an? Nein. Dann hast du dich belastet. Deswegen sage ich ja bitte nicht, bitte nicht. Das ist mir direkt vorher, sagen wir. Aber auf jeden Fall, vielen Dank für deinen Stufe 1 Sub. Äh... Ehre geht raus. So eine Ehrenfrau-Mann. 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 Ehrenfrau-Mann, ein blauer Stube. Ja komm, fick dich! Ehrenfrau-Mann. Nee, geht nicht. Ich kann nicht dafür, mein Schatz. Ich hab' ich's gemacht. Ich schwör. Vielleicht hab ich doch alles beschmiert. Bruder! Kurul! Hm... Ich hab' ich's nochmal nachgucken? Keine Ahnung. Aber da sind wir bei ihr schon dran. Also verpasst ich gerade nicht. Das war halt die Tür auch, ne? Brunnenbeinerei. Du hast eh wieder rausgeschossen. Und ich gleich nochmal... Nochmal muss? Nochmal raus muss. Und jetzt finde ich auch sehr gerne wie Bunny Sein. Und... Nicht schießen! Jetzt ist vorbei. Hast du bei mir das letzte Mal auch gemacht? Oh, ich hab dich nicht abgestaubt. Jetzt ist vorbei, Freunde. Doch hast du. Nein. Doch. Du hast jetzt das letzte Mal Kaffe gebaut. Jetzt darf ich das jetzt einfach machen. Ich muss jeden Tag kacken. Wo baue ich jeden Tag kacken? Weiß ich nicht, aber ich wollte irgendwas dummes machen. Das war richtig dumm. Ne? So, ich leg jetzt einfach ein paar Minuten. Hallo! Klar nehme ich den Stern. Gar kein Problem. Oh, jetzt geht das selbst so auf mich. Wahnsinn. Oder 30. Wenn ich doch habe 40. Ich bruder mir das auch, dass es 140. 15! Oh, das ist gar nicht. 15. Und tschüss. Ciao mit V. Ciao mit V. E-Mode. Okay. Oh Gott, ich werde den führt. Hilfe! Oh nein, noch nicht. Komisch wie Würfel. Ist das schon. Ist das schön, Freunde. Fink mir sowieso nicht viel. Nein! Ich habe mich kaputt gelacht, dass wir jetzt zwei Felder zurückgehen müssen. Kann das jemand einprogrammieren? Ja! Ich entschuldige mich natürlich, falls das hier gerade eine Adoption von mir war. Ich kann es selber nicht programmieren. Ja! Oh ja, oh. Oh nein. Oh nein. und dann geworfen. Ich weiß nicht, ob ich das so kühle. Auf die Glocke kommen, ich will mit einem Hammer auf meine saubere Arbeit. Ist auch in Ordnung. Ich bin gerade echt aufgestanden, um sich was zu essen zu machen. Ja, ist gut, wir sind nur am weitsten. Gar kein Problem. Ja, es stimmt, man kann auch noch kurz eine Minute warten, bis man isst. Willst du das auch im Stream essen? Ja. Ja, und auch dieser Stream wird uncut, jede Runde, eine Folge. Auch wenn YouTube gerne hochgeladen. TrybossTV, da gerne mal ein Abo dalassen. Ich würde mich freuen. Ich kann mit niemandem gerade reden. Ich bin doch schon da. Hast du CharlieBossTV schon abonniert? Ja. Perfekt. Glaube ich. Weiß ich nicht, glaube ich. Sei wie Maria, abonniere den Kanal. Danke. Für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr alle da passt, wenn sie rein altauchen Board Undafalla entge punishen würde. Spaß auf. Scheiße, bitte. Studium war es nochmal mit. Ich bin ein Putzverhöhle, ne? Ich will endlich dieses Hammer-Krabben-Spiel spielen. Wir werden alle mit dem Hammer verfrühen. Geht doch. Ja doch. Wahrscheinlich muss ich den wieder ausweichen. Ja, da bin ich eigentlich. Ja, da bin ich. Ich weiß nicht, dass du eigentlich genug Münzen hast. Aber du kannst zum Laden gehen und noch was kaufen, damit noch jemand was kauft und ich dann meinen Würfel kriege. Nein. So lieber Münzen. Münze! Ich freu dich, ne? Du, musst du jetzt was kaufen, ne? Egal. Ich klau dir nächste Runde, aber nach Geld. Was für Geld klauen. Das machst du schon selber. Machst du schon selber. Ich bestands mal kurz von eurem Schmatz. Mach das. Das ist nicht schlimm. Eher schaff ich? Einmal ganz gut, okay? So, jetzt ist wieder krass also. Das nehme ich aber auch irgendwie als Beleidigung. Ich möchte nicht, dass die Leute dich essen sehen. Wir machen hier keinen Mukbang oder ASMR-Channel. Hören dürfen die es aber sehen sollen die es nicht. Na, kontrolliert, weil sie ist mir auf jeden Fall zu ruhig im Chat. Ja. Klar, ich meine wir nicht mehr. Alles haben wir hier. Nee, Luigi ist das auch da. Luigi ist immer in meiner Papa. Oh, ich bin auch so ohne Bebs. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter, ist das ein Sprinter. Mach mal rein. m ich bin ich die geräuschstuhl ist Ich verstehe nicht, wie du das machst. Warum wird sie die Runde wieder verlieren? Aber ich habe einen neuen Rekord. Ist mir egal. Neuer Rekord! Schaff das mal. Schmeckt nach Leberkäse, Freunde. Das möchte ich beschaffen. Die Powerlocken. Die Powerlocken. Die Powerlocken. Die Powerlocken. Ich habe bei jemandem gerade im Streamler reingehauen. Der hat richtig fette Powerlocken. Der hat ganz schön in dich gesehen. Ich finde es witzig. Ich habe früher noch einen Schluck gehabt, oder? Ja, ich wollte eigentlich zählen. Ich muss dich jetzt lassen, aber ich... Oh! Ich muss mich nicht verbessern, ich würde auch schon so gut. Oh, ich kann auch nur Münzen klauen. Ne, doch nicht, schade. Wie die Massen dieses Börs ist, aber ich kann kein Börs ist. Hm. Egal. Und dass meine Freunde immer den Platz zieht. Man hat nichts falsch gemacht, trotz der Kühe danach fehlt. Genau. Uh! Ja, vier Felder hast du. Oh, du... das Ding in den Druckkampf. Ich werde weit weg. Sehr schlimm. Nice. Luigi weiß Bescheid. Oh! Ja! Oh! 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 Ich hab mir mal das Bedürfnis auf den Plus zu drücken, ne? Auf den Minus bei mir, aber das ist bei mir stark. Siehst du? Ab nächster Runde können wir mal zusammenspielen. Komm ich aus. Hab ich so auch nicht drauf. Ja komm, gib auf die Nuss. Die Blocke geben. Die Explosion über Feuer und Tod! Au. Tschüss! Mach mir nix. Im letzten Streams hat's geklappt, hat's ihm auf die Hose gespuckt. Ja, das war so. Nicht echt. Einfach nur, weil ich hoffe, dass es dann für dich noch toller wird. Oh, das war egal für ihn. Hallo. Mein Kleiner, mein Steheraarlich. Jawohl, fünf Münzen, ich bin Richie Richman. Oh ja. Ich hab' ihn noch vergiftet. Ah, der ist im Verkäufer! Ich hätte wie einen Partner gehabt. Partner im Crime. Du musst 10. Was soll jemand sein, dass die Lipps nicht? Kann ich ja nicht angehen. Das passt. Das wird fast auf Augenhöhe. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Ja, das können wir auch was machen. Wow. Ja. Schade. Das war so klar. Die bringen mir jetzt auch nichts. Aber mit dem Geld könntest du dir irgendwie 30 Minuten. 35. 35. 31. 15. 15. 20. 4. 8. 12. 15 Sternen. Bestimmt. Be full. Danke für's gut, die Fussgiffen. Ich bin auch gut. Fussgiffen. Was gibt's'n? Das wird kein Emole. es wird ja ja bei einer Fünften Kostetat in der Schuhe ist wahrscheinlich auch 20 oder so nur noch mal Ah, der sein Pass geht, das. Ach, das ist geil. Na cool, den hat er frei, den hat er gar nichts bekommen. Ist mir egal. Mir auch. Trotzdem traurig. Ja, mach mal ein bisschen schneller, jetzt. Maaaat. Entfüllen! Entfüllen! Tschüss! Mehr bitte, Wooming Bob. Ist gut gewesen. Minispiel! Ich sage, jetzt kommt das mit den Krabben. Oh, das ist gar nicht gut. Was ist das? Ach so. Mal gucken, das hat sich immer über die NPCs aufgeregt. Ja. Das ist auch gemein, weil wir nicht in der Mitte stehen. Aber ja, die NPCs sind doof. Lass mich Mario da noch freuen. Ach, freu das nicht. Dann komm ich und brechen die Beine. Ja. Ja. Ach, freu das nicht. Dann komm ich und brechen die Beine. er wollte lauf war die andere machen wir können nachdem im Leben ist egal das war der falsche Würfel jetzt hast du 12 am Kopf ja vielleicht machst du es dir noch teurer bitte nicht oh Gott nee ich hatte kurz Panik ich hätte die 20 gewöhnt hätt es trotzdem gehabt ach da war ich auch schon drauf vergess das immer was tut jetzt was gibst du den Laden hallo aber ich will nicht dass ihr den Laden spickt dein normaler achso das ist einfach nur nach oben und nach Dingens nach raus mach grad raus mach grad raus das ist nicht ich das gibt immer ab und da oben drauf find ich aber schön dass es das letzte sind das ist halt gar kein Problem oder so ne also weg 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 Jetzt kommt Detektiv Charlie. Warum ist so ein grüner Rezo nicht spielbar? Ich habe 82 Münzen und keine Sterne. Was ist so ein grüner Rezo nicht spielbar? Ich hasse Didi Kong. Didi Kong ist scheiße. Ist mir auch aufgefallen. Was ist so ein grüner Rezo? Was ist so ein grüner Rezo nicht spielbar? Der ist nicht schlecht. Der ist nur halb schlecht. Das dauert alles lange. 602. Das dauert alles. Das dauert alles. Das dauert alles. Das hat richtig gut gepasst. Weil dem König geht ohne. Das dauert ein wenig. Das dauert alles. Das dauert ein wenig. hier ein gelandes muss man mal gucken ob Overwatch 2 ist gut kann jemand mal nachkontri- 3 ich probiere jetzt vielleicht mal nach jetzt geht es doch nicht herumkrebsen ich hauße das ja ne lau ah oh nice den könig die krone jetzt muss ich auch töten muss nicht ich habe dich da gar nicht so gut doch Was hast du? Ups Hast du mich verliebt? Nein Das war... Spannend Kannst du auch im Stream sehen Alles gut Ich hab den 6 überfüllt Awww Ich glaube er sagt Wasser Pfff Im bereich Ich sagte jetzt schon Oh ich vermute sie mich Ja Kann jemand mal nachgucken ob Overwatch auf Battlenet also Overwatch 2 kostenlos ist? Ich hab ihm noch was gehört. Ich bin mir noch nicht sicher. Das ist ja super nett von euch. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, wie ich es sitzen will, ne? Okay. Das richtig. Oh. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt rein tun sollen. Ich glaube nicht. Voll in die Wand gedrückt. Also mir tut es nicht leid. Mir tut es so leid, dass wir gleich erst bei der Hälfte sind. Das kann wirklich anderthalb Stunden dauern. Das ist mir doch egal. Das macht mir Spaß. Ah ja, es hat schon seinen Moment. Das war knapp. Das war sehr knapp. Oh, das war super. Oh, das war hier. Oh, das ist's. Oh, das war schon mal. Okay. Das ist nur ein bisschen verbindlich. Oh mein Gott, das ist so schön, das ist so schön. Aber egal. Aber egal. Bumst dich doch. Jajajaja, halt dein Maul. Du hast schon meine Hose geklaut. Du hast schon meine Hose geklaut. Ach guck doch mal, ich hab nicht meine Hose. Nur noch meine Unteim und meine Kecken. Hier ist ein Taschengeld. Hier für einen Waifus. Nichts sponsert. Das wäre so schön. Aber ich glaube eher, dann würde ich von Monster gespongert werden wollen. Ja, stell dir was doch vor. Und jetzt. Doppel. Doppel. Dann. Ja, ich habe nicht verdoppelt. Dann kann man sowas viel überspringen. Voll richtig. Fünfzehn oder so. Fünf, nice. Bitteschön. Ja, mach mich alles gut. Ich würde es gerne nehmen. Böse. Wow, das ist kitzig. Erstmal alles kitzig hier. freundlich sehr gut die Kitchen-Polizei ruft auch schon an. Bleiben wir mal auf rein. Dafür kann ich auch bei der Küche ziehen. Mach's gut? Doch, du hast die Preise gemacht. Ja, für dich? Aber nicht für den. Hallo, ich komme doch immer vor dir dran, mein Schatz. 100% von 2 Runden waren es 2. Trotzdem kommt er halt nicht auf Platz 1. Na. Was will der eigentlich? Mach mal 5, wenn schön. 10 ist auch immer. Aber nicht die Füße, die ich gemacht habe. Ja. Na, die hast du Luigi in deinen Drachen gespielt. Und die hast du nicht angestückt. Ja. Oh. Ja, ja. Ich meine nicht. Ist das kein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wie du es sagst. Ja. Na, du hast eine gute Aufmerksamkeit. Und die bisschen scheitert. So, dass wir das ja machen. Minispiele! Jetzt komm, lass mich die scheiß Krabbe sein, Mann! Ja, cool! Das ist diesmal cool, weil ich bin diesmal alleine. Start! 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 Geh da weg jetzt! Ja komm, haut auf mich! Geh weg! Verpiss dich! Verpiss dich! Auf eurer Seite! Jungs! Ich geb's auf! Ich geb's einfach auf! Haut auf! Auf das Licht jetzt! Du sollst auf das Licht hauen! Mann! Kann man bitte ihren Ausdruck saketen? Frag zum Freund! Oh, jetzt hab ich mir die Münzen hier! Oh, die Sterne! Jetzt gucken wir das andere an! Hallo! Wir warten bis einen dreistischer Tag, oxidation zieht's auch. Jaa... Das seh ich! Easy! ich wir werden wir tun schon immer wo alle die geschenke haben das ist ja schrecklich du bist genau so, du bist keine KI was du keine willst man weiß es nicht Da hab ich doch alles auf dich gemacht. Das ist meine alte Glase. Das ist sie. Du und deinen Turbo-Pilz, ne? Ich mag den. Bist er gut? Mhm. Du magst mir keine Pilze. Aber der ist gut, ne? Der kommt jetzt ein Turbo, ne? Mhm. In der Hose. Ja. Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich. Ich möchte nur sagen, dass es auch sagen, die zu einer schreien Computergegner sage, ne? Niemand, niemand, aber Luigi, die ist ein Schwanz. Mit mal Würfel kann schien. Na, hol ich noch mal her. Okay, LGBTQ, Yoshi ist normal. Yoshi ist schwul. Yoshi ist homosexuell. Okay. Bordeaux. Bordeaux ist auch Bordeaux. Sondern, heißt... Er will Bordeaux genannt werden, weil er... Eigentlich... Er will Bordeaux sein, er ist auch ein Kerl. Wieso, ne? Bordeaux. 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 Das kriegst du noch zurück. Das kriegst du noch zurück. Das kriegst du noch zurück. Mhm. Aber das kriegst du gar nicht. Hm. Er ist aber auch der Meinung, ne? So, ich klau ich jetzt alle Sterne, deswegen gewinne ich. Aber hat er nur einen? Nein. Nein. Das passt auch nicht. Ich mach mich nicht. Ja. Spiegel. Tatsächlich ja. Ihr Wunsch waren wir ein Befehl. Na ja, hast du doch. Danke, Bunny. Na. Na. Na ja, besser gezählt. Oh ne. Gern. Finde ich du's. Erstmal mit einer Rastung. Ja. Ich würd's ja nur einmal ganz kurz... Komm noch mehr ausrasten. Es werden noch mehr ausraste kommen. Ja. Okay. Nein, sie hat sich nicht gerade von nicht laufende Kamera auch nicht abgefeiert worden. Also. Gartig. Das ist alles gut. Überhaupt nicht. Ich hab schon auf dich gewartet. Burdett. Das ist nicht Burdett. Das ist Toadett. Du hast Burdett gesagt. Ja, ja. Ich glaub immer noch mal der Story bei Burdett. Burdett und so bin. Alles. Wirklich. Glückschrumpf. Jawohl. Mir wird eh gleich ein Stern geklaufen. Naja. Oder mir. Nee. Ich glaub nicht. Oder mir. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich auch. Wem hätt ich's richtig gegönnt. 15. Wem hätt ich's nicht. Wörthin. Wörthin. Und die Sache irgendwie kommt... Wörthin. Damit komm momentan nicht zu meinen Stern. Was sagst du? Ich. Wischung. Wörthin. 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 Ja. Wörthin. Wörthin. noch mal 9 siehst du 11 mehr sagt das wieder 6 setzt das extra zu hoch wenn die da ankommen nicht nur zum Schock gehen sie bezahlen das halt und haben dann keine Kohle mehr für den Stern ja du bist schon 30 für dich sehr gut sehr gut du bist schon das trage ich doch sehr gerne ist in Ordnung jetzt sind doch alles drin ok ich bin jetzt Klau Luigi gefälligst mit Stern ich bin jetzt Klau Luigi gefälligst mit Stern und das ist mit dem für wir hier Ich verstehe das Spiel nicht. Ich prüfe einfach irgendwann. So ein Lackgillwaffen, also ein Zicker, ob er ihn gespürt. Ist eine gute Frage. Tja, ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten Lackgillwaffen. Ich glaube, es ist ein Lackgillwaffen. Ich habe den Lackgillwaffen und ich habe ihn gespürt. Hey, 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 hey. Wir haben der Lackgillwaffen. Ich habe ihn gespürt. Weil daraus kann man schon ja dann best auf Clips machen oder so nen Scheiß. Wolltest du mal gesagt haben. Die Operationsmix. Schon wieder. Ist auch noch, ich hab eh nur 3 Münzen. Ich drück einfach jetzt nur. Jetzt. Na 5 Sekunden. Lieber Operationsmix. Ich hasse diese Mini-Spiele. Warum nicht diesen Scheiß Luftballon? Da will ich einfach auf den Knopf drücken, bis er explodiert und dann nicht gewonnen. Immer noch hab ich meinen Glückszent. Und wieder nicht. Ja. Gegen mich? Nein, du. Natürlich ich als erstes. Warum auch nicht? Du bist die Einzige hier. Start. Ja. Oh, knapp. аны. Ja. Kann man da steigen, um nicht klar. Er wird auch optimiert zu kommen. Steigen klappt nicht. Ahaha. Scheiße. Waluigi! Zu viel Druck! Zu viel Druck! Bummst Dich Waluigi! Fick Dich! So. Schade, ich gehe immer damit. Alter, das Spiel macht mich lang massiv. Schmutzspiel. Ich nach der Runde brauche ich unbedingt was an. Ich muss mich abregen. Danach spielen wir Super Smash Bros, ist mir egal. Oh Gott. Tut mir leid, aber ich muss mich abreagieren. Hier, ich beliebe jetzt in mich. Pupsig! Pupsig! Nee, ich habe gesagt, fick dich. Nein, du hast gesagt, pupsig. Hab ich? Ja. Wir werden mir sowieso abgezogen. Da. Haben wir noch gespeichert, ihr Penner. Oh, nee. Tut mir leid, damit er lege ich nicht in einem Seilstein, was so unfaire Scheiße ist. Was? Oh, nee. Was? Oh, ich kann nicht mehr. Nee, das fackt mich an. er hat die wir in der Runde schon dreimal gealtert Ja, ja. Schmutz mir. Ja, ja. Ist egal, er geht D plus 3. Oder plus 6. Jetzt lass mich mit nem scheiß Hammer auf die Leute hauen. Klar, fack mich noch mehr ab. Ist nur lustiger für den Stream. Und für das Resultat des Videos. Ende! Konnt zwar nicht ausweichen, aber hey. Das ist ja die Scheiße an dem Spiel. Alles an dem Spiel ist scheiße. Warum hab ich da so viel Geld draus gegeben? Bist halt ein schlechter Verlierer. Was? Ja, hab ich mir vor Diablo gekocht. Was ist schlimm? Boi, lass uns ja streamen Mario Smut Party. Was ist das? Oh ja, ja. Oh ja. Ja, ja. Deine nicht. Oh ja. Warum ist das nicht einfach digital gekauft? Das ist einfach, wenn ich die Karte rausnehmen könnte, dann zerbrechen könnte ich nicht mehr. Das ist einfach, wenn ich die Karte rausnehmen könnte, dann würde ich die Karte rausnehmen könnte, dann würde ich die Karte rausnehmen könnte. Das war Luigi, kein spielbarer Charakter in Super Smash Bros ist, ich würde die beiden nur noch verprügeln. Ich bin ganz salzig. Das ist so süß. Ich bin ganz salzig. Ich bin richtig auf 180 gerade, weil das Spiel aber nur scheiße ist. Ich finde das so gut. Das tut mir so leid. Schmuckspiel. Schmuckspiel. 3, 2, 1, los! 2, 1, los! Nichts mal, Traum. 1, los! 1, los! 2, los! 1, los! Oh, du gehörst! Mach's, nehmann! Das war so gescheitertes Spiel. Jawoll! Du scheiß Münzenmann, was man jetzt? Na super, der Münzenmann. Ich wollte nur sagen, du hast dir den Map ausgedruckt, ne? Ja, Schmutz-Map. In der ganzen Spiele Schmutz. Gibt es noch irgendwas mit dem Schlüssel, oder war es ein anderer Map? Weiß ich nicht. Gibt es noch eine Map, wo du den Schlüssel aufsammeln musst, um Fortschritt zu machen? So war das. Oh, war es günstig. Den nervigsten Charakter, der ganz gespielt. Brötchen, gar kein Problem. Oh, meine kostet gerade sowieso 15 Münzen fat Runen. Munzen! Munzen sind das? 15 Münzen. 15 Münzen. 15 Münzen! 15 Münzen! Ich finde es schön, dass die Rydershaus ein Spiel implementiert haben. Ja, da oben ist die Oma von Rydershaus. Genau so sah ich aus. Hat sogar Jaxons Nase. Ja. Es ist doch bald vorbei, du Scheiße. Mach mal was Gescheites. Nein. Das ist nicht Gescheites, das ist Scheiße. die Kölner Schilder 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 Kommt, der Würfel ist gar nicht wurscht. Und auch gar nicht hier, den Punkt. Nehmen wir uns selbst da draußen. Aber ich glaub der Trödler, Bonus ist mir safe. Das glaub ich tatsächlich auch. Ach ne. Ich auch nicht. Ja. Das hat Zeichen gewonnen. Das sag nicht. Ende. Ne, ihr. Ne. 20cm vielleicht. Oder fast einen Meter. Ich bin nicht froh, wenn die Stelle ausgeht. Ich tue es davor, dass er zu deinstallieren. Kannst du dich jetzt mal zusammenreißen? Ne. Du sagst zu mir, ich bin schlechter Verlierer. Und du flippst hier halb aus. Ja. Das ist richtig. Und der zweite Maria rastet aus Klipp. Klipp. Na ja. 9cm. 3cm. 0cm. Drei. 3cm. 3cm. 5cm. 5cm. 1cm. 4cm. 2cm. 5cm. 4cm. hm ich sehe gerade hm Wem bin ich? Moin! Wacker! Ich hab echt gut gesehen Perfekt. Das war nicht so geplant. 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 Das ist okay. Was ist das? Das war nicht so geplant. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Bunny. Gute Nacht. Und man hört sie. Ich kenne Minnie, aber auch die Weiber, ne? Ich kenne Minnie, aber auch die Weiber, ne? Wir hören uns auf jeden Fall. Dankeschön, dass du dabei warst. Ich habe jetzt alles dafür getan, dass du dir die Sterne leisten kannst. Kann ich nicht machen. Ich habe jetzt 15 Münzen für 3 Sterne bezahlt, damit das Scheißding auf 5 geht und du die dir holen kannst. Ich habe trotzdem schon auf jeden Fall. Ich habe trotzdem schon auf jeden Fall. Ich habe mir hier nicht gehört, dass die nichts bei wollen. mutisch. Ich bin mir gerade mit dem Stern kommt. Ich habe hier an den Sternraum. muss das wirklich sein ich fühle mal daneben warum ist das so ja 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 Jo ja Die können sie ja nicht. Mal gucken. Kann man nicht, die kann man hier ja nicht rausgeben. Schau mal wie sie staut. Okay. Ja, von mir aus können die mir auch das ganze Münzen abziehen. Sie ist mir schon egal. Ja, das ist mir die Klappe gekommen. Ja. 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 Komm sure. Wachst du sie? Ach, schade. Ey, gleich sind alle Charaktere echt auf dem Feld, ne? Pom Pom! Pom Pom ist cool. War der erste Charakter, den wir so freigeschaltet haben. Da war ich noch richtig stolz drauf. 0, 4 mal die 3, 8. Das wäre die Handynummer. Und so ein Pom Pom rund umsonst, die steht drauf. Ich sag's. Jetzt gar nicht, wer jetzt irgendwie zum Stern gekommen. Die Lose in der Loa selbst wurde als Looter gespielt. Das ist gut. spieler im der Naja, der hieb doch vor. Achso mehr, ja dann. Ich dachte jetzt wieder nach oben, zu dem Lakitu-Schwanz. Ich muss euch immer vorstellen, dass dieses Genes und die Videos, die ich auf Youtube hochlade, immer ab 18 sind. Zeitlich kann ich nicht. Das ist kind of clever. Das war nicht so weit. Schade, du fängst dann. Ich würde mich aufwenden können. 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 Okay das ist nicht gut. Es ist ja doof, wenn ich es dafür viel ausprobieren würde. Das schon. Hübsch! Ziemlich gut. Ja, aber auch viel zu wenig. Moin! Ja, schade. Ich wollte mich noch nichts kaufen und mich enttäuschen. Oh. Ja, das ist ein Seckschiff. Das hat die nicht getragen. Moin! Mal gucken, was für ein Wohnungs noch kommt. Ich muss bei ihm auch umdrehen. Oh, nein. Oh, das ist ein Teufel. Wir haben ja keine Münzen hier, kommt ihr nicht vorbei. Naja. Ah. Kann ihre 5 Sterne wählen. Das wäre jetzt wirklich scheiße. Ja, das fällt wirklich gar nicht. Bringt jetzt genau wen weißt? Genau. Das stand an jedem der Finger. Ich hab drauf geachtet. Du musst 10 an 1 malen. Achso. 10 an jeden der Spieler. Das ist eigentlich nur noch. Ne, deswegen habt ihr alle 6 bekommen. Ja. 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 Ich muss nicht enttäuschen. Ja, die Bütze für den Knopf. Letztes Minispiel, Freunde. Auch noch King. Wahrscheinlich auch noch Krabbe oder so. X im Sinn. Was ist das mit Machen? Ich war ja auch nicht schlecht drin. Oh nein. Ich hab mir das mit Machen. Tschüss, Luigi. Apfel, Ananas, Ananas, Ananas. Okay, eventuell noch so ein Zitron. Guck mich an, seh ich aus, als ob ich Obst essen würde. Mehr brauchen wir überhaupt zu passen. Hm, was ist schwierig? Jetzt bleib ich mal stehen. Mach mal drüber rum. Ich bin der Mannix. Ich bin der Mannix. Das war die Weege. Keine Ahnung. Ich war bei 9. Ach, schade. Ich durfte noch nie die Freien hinsteigen. Das freut mich voll. Das ist richtig. Ich drück wieder, ja? Allerwunden sind zu Ende. Alter, wenn das fliegt. Fick mich, hallo, nenn mich, kawaii. Nein. 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 Ich bin froh, dass die Scheiße vorbei ist. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Was willst du haben? Manuji. Ich tendiere zu Manuji. Aber du könntest nicht. Du. Du und... Luigi. Da wurden nämlich beide drei. No, no, nicht so. Okay, okay. Ich bin ja für dich, die anderen beiden würd ich selbst recht nicht. Joa, richtig viel Verzicht. Ich hab' den Kopf hier immer hübsch. So Freunde, dann holen wir uns die 8000 Ponds. Und wenn ich auch noch nicht weiß, wofür wir gebraucht werden. Und jetzt? Machen wir eine kurze Pause. Und dann machen wir gleich noch ein paar roten Super Slash Bros zum Erholung. Alter Schwede, da hab ich keinen Bock mehr. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich ja noch nicht mehr machen. Das ist schon wieder einfach. Hm. Top. Da stehen wir schön nebeneinander. Wie gesagt, gute Pause, Freunde. Und dann? Jetzt gleich weiter. Und du musst gleich noch dein Ding da aufsetzen. Und dann? Ja, das ist passiert. Du musst dich mal machen. Ich versuch. Ja. Dann? Ja. Du musst dich mal machen. Ja, ja. Ich versuch. Da geht es mir mal. Ich versuch. Und dann? Der? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020